Guten Morgen Freunde und herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video hier auf meinem Kanal. Wenn es euch gefällt, dass ich seit über zwei Jahren jetzt einfach jeden Morgen auf den neuen Fortnite Shop reakte, dann lasst natürlich gerne ein kostenloses Abo da. Dann verpasst ihr auch nie wieder einen neuen Fortnite Shop, weil ich ihn euch jeden Tag zeige. Also machen wir das auch heute. Ich klicke mal oben drauf. Let's go! Und zwar haben wir heute, oh, einen neuen billigen Skin für 800 V-Bucks. Der wilde Kanonier. Richtig wilder Skin, Freunde. Richtig wilder Skin. Für den Preis ist der eigentlich sogar ziemlich gut und auffällig gestaltet. Auch mit dieser glänzenden Jacke. Mit dem X drauf. Das wird mir jetzt erst drauf, dass da ein X drauf ist. Die Farben sind nicht ganz so meins, auch die Hose nicht. Aber ich würde sagen, für den Preis von 800 V-Bucks geht es auf jeden Fall klar. Dann haben wir endlich immer wieder den Bush Ranger drin. Auf den haben auch einige Leute gewartet mit seinem Bienenstock hier auf dem Rücken. Und der passenden Hacke, der im Honig Hacker für 800 V-Bucks. Mit einem coolen Sound. Dann als nächstes die Sakria. Das ist wahrscheinlich wieder das gesamte Himmel- und Hölle-Set. Da haben wir nämlich noch die himmlische Lackierung für 500 V-Bucks. Den Melkor, den Teufelskin quasi für 1500 V-Bucks. Mit diesen Flügeln hier. Und die böse Blickhacke. Genau, für 1, 2, wo sich das Auge hier immer so ein bisschen bewegt. Und dann natürlich auch noch die Tugendhacke. Die quasi Liebehacke, weil das ist die Böse hier. Und das ist dann die Liebehacke für 800 V-Bucks. Dann kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Und falls ihr mich noch nicht im Supporter-Creator-Programm als Creator eingetragen habt, dann könnt ihr gerne dort den Code SNOXY benutzen. Alle 14 Tage muss man das nämlich neu eintragen. Also schaut unbedingt mal nach, ob ihr da noch was eingetragen habt. Auf der rechten Seite haben wir erstmal den Mithörer. Mit dieser sehr merkwürdigen Brille und diesem Backpack auf dem Rücken. Bin ich aber leider gar kein Fan von. Auch der Skin gefällt mir persönlich jetzt nicht so. Die Spektralhacke, die finde ich ziemlich cool. Ist auch so richtig schön animiert. Kann ich empfehlen. Dann das alberne Hüpfen. Was sogar ein Fortbewegungssimod ist. Mit so einer 8-Bit-mäßigen Musik. Dann noch die Arctic Assassin. Eine der ersten Skins, die es überhaupt in Fortnite gab. Wurde hier in Season 1 eingeführt. Habe ich damals richtig oft gespielt. Dann Geschmeige Hups. Dip, dip, dip. Genau. Und dann als letztes noch den Hitzkopf. Mit der Hupe. Und dann, genau, bleibt man für immer so stehen. Dann raucht es nur noch aus den Ohren. Finde ich ein ganz lustiger Emote. Also für 200 Works würde ich den auch empfehlen. Jo, das war dann schon der heutige Shop. Ihr könnt ja mal rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Also top oder flop. Wie gesagt, falls ihr hier nichts Neues mehr im Shop verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein kostenloses Abo da. Ich meine, das ist ja for free. Könnt ihr einfach mal unten auf Abonnieren klicken, wenn ihr einen YouTube-Account habt. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns morgens im nächsten Shop-Video oder jetzt gleich im Stream. Ich werde heute aber nicht so lange streamen, weil ich muss noch wegen meiner alten Wohnung, ich bin ja umgezogen, muss ich noch ein bisschen was machen. Deswegen werde ich heute nicht ganz so lange streamen. Also ja, schaut mal gerne jetzt vorbei. Ich bin wahrscheinlich jetzt gerade live, wenn ihr dieses Video seht. Zumindest so vor 12 Uhr werde ich wahrscheinlich noch live sein. Also am Morgen. Ja, also schaut gerne mal vorbei. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und dann freue ich mich auf euch. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.